Like dieses Video in den nächsten 5 Sekunden für alle neuen Gratis-Items im neuen Fortnite-Update, also riskiere nichts und like jetzt sofort dieses Video. Yo Leute, was geht? Heute in diesem Video geht es um das neue Fortnite-Update in Fortnite Battle Royale und mit dem neuen Update gibt es wieder mal mega mega viele neue Gratis-Items in Fortnite. Darunter sind nicht nur neue kostenlose Skin-Style für alle Spieler, sondern es gibt auch kostenlose V-Bucks für alle, dazu alles in diesem Video. Es gibt neue Gratis-Skins zum Freischalten, neue kostenlose Skin-Bundles zum Freischalten, es gibt neue Gratis-Emotes und es wird ein neues Event geben, wo es auch Gratis-Items gibt, das bedeutet, heute gibt es wirklich mega mega viele Gratis-Items. Guckt euch das Video unbedingt bis zum Ende an, um nichts zu verpassen, lasst sehr gerne ein Like, da falls euch das ganze Video gefällt und teilt das Video unbedingt an eure Freunde, damit die diese Informationen nicht zu verpassen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video und let's go! Außerdem habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, einen Skin aus dem Fortnite-Item-Shop von mir geschenkt zu bekommen und wenn ihr jetzt Bock habt, ein Geschenk von mir zu bekommen, dann bitte ich euch, schickt mir jetzt sofort eine Freundesanfrage bei Epic Games. Mein Epic Games Name lautet Official Junior mit so einem X, ich blende euch das Ganze ganz kurz ein. Wenn ihr das Ganze gemacht habt und Bock habt, wirklich ein Geschenk von mir zu bekommen, dann abonniert jetzt sofort diesen YouTube-Kanal, Official Junior, das Ganze ist auf jeden Fall kostenlos, aktiviert auch unbedingt die Glocke, stellt die Glocke auf alle, haben nichts mehr zu verpassen. Als nächstes sehr, sehr gerne mal ein Like auf das Video da lassen, falls euch diese ganze Sektion gefällt und das allerwichtigste, Freunde, schreibt jetzt sofort Hashtag Update plus euren Epic Games Name in die Kommentare. Und by the way, umso mehr Kommentare schreibt, umso höher ist die Chance, dass ich euren Kommentar sehe. Ich verschenke dann immer wieder mal zufällig paar Items aus dem Item-Shop an meine Community und wenn ihr jetzt noch eine höhere Chance haben wollt, wirklich ein Geschenk von mir zu bekommen, dann folgt mir jetzt sofort auf meinem Twitch-Account, Official Junior. Ich blende das Ganze ganz kurz ein. Ich streame öfter live auf Twitch und dort verschenken wir live im Stream richtig viele Items an die Community und dort habt ihr wirklich eine sehr hohe Chance, ein Geschenk zu bekommen, deswegen folgt mir jetzt auf Twitch und kommt unbedingt in meinen Fortnite-Discord-Server. Beide Links sind ganz oben in den Kommentaren angepinnt, vertraut mir, das lohnt sich und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Das neue Fortnite-Update ist endlich draußen und es gibt wieder mal richtig viele neue Gratis-Items für die Community. Wir beginnen jetzt direkt mit den ersten Gratis-Items und zwar sind das die neuen kostenlosen Skin-Stile. Wir haben zum einen für den Aura-Skin einen neuen Stil bekommen und zwar ist es dieser charmante Aura-Skin und ich muss sagen, ich finde diesen Stil unnormal krass. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie findet ihr diesen Stil. Danach haben wir noch den Wild-Cat-Skin bekommen, das muss ich euch auch noch zeigen, der hat auch einen neuen Stil bekommen und zwar ist es dieser hier, der hat auch so einen grünen Stil bekommen und zwar ist der Glücks-Karte. Sieht auch unnormal cool aus und dieser Doja-Cat-Skin hat auch noch einen neuen Stil bekommen, blende ich euch ganz kurz ein. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, habt ihr einen von diesen drei Skins, habt ihr diese Gratis-Stile bekommen und wenn nicht, Freunde, macht euch keine Sorgen, diese Items bzw. diese drei Skins werden garantiert schon bald im Fortnite-Item-Shop verfügbar sein. Das ist nämlich immer so, wenn Epic Games neue Stile hinzufügen, kommen die Skins etwas später im Item-Shop, das bedeutet, ihr habt alle die Chance, euch diese Skins zu holen. Gratis-Item Nummer 2 wird jetzt auf jeden Fall schon richtig krass, Freunde, denn ihr habt die Chance auf zwei komplett neue kostenlose Skins in Fortnite Battle Royale. Zudem gibt es noch weitere Gratis-Items, die ihr hier freischalten könnt und zwar in diesem ganzen Naomi Osaka Cup, der am 2. März stattfindet. Wir klicken hier einmal auf mehr erfahren und werden hier direkt weitergeleitet, ihr seht hier 2. März findet das ganze Turnier statt und was kann man in diesem ganzen Turnier gewinnen, ist jetzt auf jeden Fall ziemlich interessant und zwar für die Top 2500 gibt es richtig viele kostenlose Items. Da bekommt ihr zwei Gratis-Scans, ihr bekommt Spitzsacke, Rückenhastus-War und so weiter und so fort, richtig viele Stile, das heißt, das ist wirklich mega krass. Wenn man hier gewinnt, bekommt man mega viele kostenlose Items. Und wenn ihr aber nur beim Turnier mitmacht und nur 8 Punkte holt, was wirklich mega, mega einfach ist, dann bekommt ihr trotzdem ein Gratis-Item und zwar ein kostenloses Spray-Motiv, ungewöhnlich und zwar ist das ganze verhexte Siegerin. Das ganze ist wie gesagt ein Spray-Motiv, was dann jeder gratis freischalten kann, deswegen macht auf jeden Fall mit, holt euch mindestens das Spray-Motiv und wenn ihr in den ersten Runden gut Glück habt, könnt ihr reinschwitzen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Glück und ich hoffe, ihr schaltet euch auf jeden Fall diese Skins frei, denn das ist wirklich mega, mega cool, Freunde. Bei Gratis-Item Nummer 3 geht es um das neue Crew-Paket für den März und Freunde, ihr müsst mir jetzt gut zuhören, denn das wird wirklich unnormal krass. Ihr seht, wir haben einen sehr, sehr coolen Skin bekommen mit Rückenhastus-War, mit Spitzsacke, mit Lackierung, mit sogar verschiedenen Stilen, könnt euch alle angucken, das ist ganz neu, das ist mega, mega cool meiner Meinung nach, das Skin sieht mega cool aus. Dazu bekommt man zusätzlich noch 1000 V-Bucks und man bekommt nochmal 950 V-Bucks als Bonus, weil ihr ja den Battle Pass besitzt und jetzt kommt das richtig coole, Freunde, und zwar, ihr könnt auch, wenn ihr jetzt sagt, jo, ich will noch etwas warten, könnt ihr auch mit dem ganzen Crew-Paket noch etwas warten und euch das Ganze erst in der neuen Season holen und dann bekommen die sozusagen direkt den neuen Battle Pass kostenlos, dann bekommen die den neuen Crew-Scan, 1000 V-Bucks, das Ganze ist auf jeden Fall mega cool und lohnt sich meiner Meinung nach. Warum zeige ich das Ganze heute in diesem ganzen Video? Es gibt anscheinend auch irgendwie eine Möglichkeit, das ganze Crew-Paket gratis zu bekommen, ich weiß aber nicht, ob dieser ganze Glitch wirklich funktioniert, ich muss das Ganze mal testen und sollte das Ganze dann wirklich funktionieren, werde ich euch dann nochmal ein extra separates Video dazu hochladen, deswegen, wenn ihr das Ganze sehen wollt, abonniert gerne mal den YouTube-Kanal, aktiviert die Glocke, stellt die Glocke auf alle, um das nicht zu verpassen, wir kommen jetzt direkt zu den nächsten Gratis-Items. Wir kommen jetzt direkt zu Gratis-Item Nummer 4 und jetzt habe ich was richtig krasses für euch, Freunde, und zwar am 8. März beginnt das Weltfrauentagsevent in Fortnite Battle Royale, in diesem ganzen Event bekommen wir ein sehr, sehr cooles Skin-Bundle hier in den Fortnite-Item-Shop, mit diesem Skin-Bundle könnte es noch gratis V-Bucks oben drauf geben, das bedeutet, das Ganze könnte ein V-Bucks-Bundle geben, wo man sozusagen die Items bekommt, plus nochmal oben drauf V-Bucks, diese Bundles lohnen sich immer am meisten, denn die sind sehr fair und da bekommt man sozusagen einfach seine V-Bucks zurück und die Skin sozusagen einfach gratis. Und was mega cool ist, die komplette Fortnite-Map wird sich bei diesem ganzen Event verändern und zwar kann ich euch ganz kurz das Bild einblenden, der Mond in Fortnite Battle Royale wird nämlich in diesem ganzen Event zu einem Herz werden, was mega, mega cool aussieht und der Himmel wird auch so ein bisschen nach Galaxie aussehen, was auch sehr cool ist. Und es wurde eigentlich auch bestätigt, dass es dort einen kostenlosen Emote, kostenloses Spray-Motiv und weitere Gratis-Items geben wird. Wie kann man diese ganzen Items freischalten, ist eigentlich ganz einfach und zwar wird es an diesem Tag dann höchstwahrscheinlich hier neue Aufträge geben und wenn ihr dann diese Aufträge abgeschlossen habt, bekommt ihr dann 2, 3, 4 oder sogar 5 Gratis-Items. Das bedeutet, dass wir ein sehr cooles Event mit Skin-Wundle, mit Gratis-Items, mit Map-Veränderung und so weiter und so fort, das heißt ihr müsst euch den Tag markieren und müsst euch auf den Tag freuen, Freunde. Und Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall noch immer nicht am Ende von den Gratis-Items angekommen, das bedeutet, ihr seht, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu Gratis-Items Nummer 5 und die Items werden immer mehr, werden immer weiter gehen. Es gibt in diesem Update wirklich sehr viele Items für die Community, hierbei handelt es sich jetzt um die neuen FNCS-Community-Items sozusagen, das bedeutet, FNCS-Finale steht ja an und in diesem FNCS-Finale wird es auf jeden Fall einen Skin im Fortnite-Items-Shop geben und dort wird es auch wieder Gratis-Items geben, wenn man dann Streams auf Twitch anguckt, deswegen guckt auf jeden Fall auf Twitch vorbei, macht das Ganze, dort bekommt ihr Gratis-Items und es gibt auch sehr viele verschlüsselte Items, beziehungsweise es gibt auch einige weitere Items, die jetzt noch nicht bekannt sind. Wie man sich diese Items freischalten kann, aber es ist bekannt, dass die Items kostenlos sein werden, beziehungsweise das sind nur kleinere Sachen, wie zum Beispiel kleinere Sprays, kleinere Emotes etc. Das ist wirklich, Freunde, dieses Event war wirklich unnormal krass, ich habe mir mega viel Mühe gegeben, für euch diese ganzen kostenlosen Items rauszusuchen, deswegen, wenn ihr Bock auf mehr solche Videos habt, gerne mal einen Like auf das Video da lassen, abonniert unbedingt diesen YouTube-Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, haut rein, Dankeschön für den Support und ciao.